Meine Mama liebt meine Geschenke. Das ist noch ein Besseres. Man kann aus Spülmittel seine eigene kratzbare Karte machen. So ein süßes Rubbellos. Schere, Kleber, Papier. Papier. Ihr seht mein Gesicht nicht? Ihr verpasst nichts. Wir machen zuerst die Karte. Es muss gerade werden. Mathematik. Die Teile draufkleben. Hä? Ich habe alles draufgeklebt. Und jetzt braucht ihr noch ein kleines Stück Tesa. Weil da könnt ihr die Münze draufkleben zum Kratzen später. Dann druckt ihr euer Geschenk aus. Zum Beispiel einen Gutschein oder Kinokarten. Und ein Foto mit euch und der Person, der ihr das schenkt. Dann klatscht ihr eine Schicht Tesa auf die Fotos. Und ihr klaut euch das Spülmittel. Ihr mischt ganz normale Acrylfarbe mit dem Spülmittel. Macht so zwei, drei Schichten oben drauf. Lasst es trocknen und bumm. Ihr habt das beste Geschenk für eure beste Freundin oder Familie. Dann kann die Person einfach die Münze nehmen und das aufkratzen. Und es funktioniert so unfassbar gut. Speichert euch das Video. Tschau.